Ich lerne Deutsch. Nummer 9966 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Habe ich genug abgenommen? Passe ich wieder in meine Hose? Habe ich genug abgenommen? Passe ich wieder in meine Hose? Natürlich esse ich nicht nur Äpfel, aber ein Apfel hält definitiv gesund. Natürlich esse ich nicht nur Äpfel, aber ein Apfel hält definitiv gesund. An meinem Geburtstag versammelt sich die ganze Familie hinter mir in der Küche. An meinem Geburtstag versammelt sich die ganze Familie hinter mir in der Küche. Augenblicklich male ich ein buntes Bild und lasse meine Fantasie fließen. Qualität steht für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Qualität steht für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Qualität steht für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Das sieht man diesem Auto an. Diesmal habe ich mir für den Urlaub ein Auto gemietet. An meinem Geburtstag versammelt sich die ganze Familie hinter mir in der Küche. An meinem Geburtstag versammelt sich die ganze Familie hinter mir in der Küche. An meinem Geburtstag versammelt sich die ganze Familie hinter mir in der Küche. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Aus der Küche. Aus der Küche. In der Küche wird eine ganze Familie hinter mir in der Küche.